korrigiere mich ich sehe schon mal ein haus ich nicht könnte das könnte hier nicht neu sein mit neu oder kommt ein schild 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 ich denn das ist ein gas links ja ein gas kanister ich fühle mich verarscht konnen gibt es nicht zumindest nicht auf meiner karte doch soll mit schnee ist kon in drei kilometern das heißt ich müsste eigentlich gleich da vorbeikommen an den ins kirchen mit neu läuft man doch ich hoffe man nicht dass ich schon gerade dran vorbeigelaufen das wäre extrem witzig weil ich bin jetzt anscheinend da alles gleich aus aber da warte so ist der ostblock wir sind frauen das ist schon mal ein anfang hier steht ein bagger und einstellen das listing work das ist eine pfanne und buch faust toll super diese dummen ich habe das gefühl ich bin da schon vorbeigelaufen aber drei kilometer ist viel ne ich glaube ich glaube noch ein bisschen aber eigentlich hätten wir uns ja über den weg laufen müssen also nur hoi aber was steht hier nach links geht es nach 10 wo sind sind wo sind sind wo sind sind glaube ich habe nicht neue gefunden xin ist da oben das ist kälte drei kilometer da also ich würde jetzt mal behaupten ich hätte dings gewonnen ich glaube ich bin aber wenn das so die mitte ist dann was ich glaube jetzt einfach eine hose eine weiße hose ich fühle mich schon rot ist immer noch matschgelb aber hier munition munition jetzt habe ich mit der munition ohne gewehr schmeißen so ich weiß gerade beim bahnübergang von mit ok das bist du wahrscheinlich man sie nicht ich stehe ich meine ich zücke meine axt wir haben uns gefunden sehr fein siehst du gruselig aus alter nur ist die maske ist fett das ist ich habe zuerst jetzt ist ein feuerwehrhelm an es ist auch diese komische maske dieser die dieser eine typ davon ach wie heißt es denn bank nicht bank payday payday genau bank wollen wir mal fette brille wollen wir mal gucken ob man ob wir hier was finden ja würde ich sagen ich komme nicht mal ist da nicht auch die polizeistation ich kann ja mal näher heranzogen auf jeden fall ist hier ein brunnen wird mir hier angezeigt was ist denn das eigentlich das ist ein bahnübergang nein wer auf der karte jetzt hat sich die app aufgehangen ach egal so ich bräuchte auf jeden fall mal was zu phrasen in dem häuschen war ich drin da war bis auf eine weiße rose leider nichts zu finden die geschenkbox eine geschenkbox war munition drin aber sonst außer spesen nichts gewesen obwohl die spesen werden jetzt auch schon ganz toll da drüben ist das so ein so ein Waggon ob wir da reinkommen ich glaub ja ja echt ist offen die tür ist offen wird so schwer Schuhe ich nehme mir hier die Stiefel zack hallo wie soll's die hinziehen es windet gar sehr da ist ein großes haus wollen wir da hin jasichi jasichi du sollst dich auf die Fresse legen dass du dann drunter kriechen kannst weil ich keinen bock habe jetzt hier drum rum zu laufen das ist eine Scheune da ist zumindest trocken drin aufstehen aber leer ist es hier da ist nix gar nix nischt hm schade was haben wir hier in der kleinen hier ist äh eine Heugabel ich hab ne Heugabel ich hab ne Heugabel ist besser als äh auch ich ne beides ok ich nehm einfach mal beides mit was haben wir hier sonst noch ansonsten sehe ich keine keine Gebäude ach dann würde ich sagen gehen wir hier vorne an der Straße wieder links oder ach da bist du ja schon du kannst sagen ich seh auch dich nicht mehr oder hier rechts rechts weg tja was ist denn das da hoch da ist ja irgendwie so ein ist das einfach ach nee das ist so ein strommast strommast mit einem Baum vorne dran ich dachte das wäre irgendwie so ein Kirchending oder so ist das da vorne ein Haus das sieht ganz aus ja ich würde sagen gehen wir da mal hin ne ich bräuchte immer noch was zu trinken aber noch ist es nicht wild laut meiner Karte soll es hier aber auch einen Brunnen geben aber da sind wir glaube ich schon dran vorbeigelaufen hm oder wie kommen wir jetzt da hin das könnte natürlich auch sein das ist ja auch wieder nur ne Scheune können wir die aufmachen hier mal drumrum drumrum ist ne Tür die ist auch offen hier aber hier ist nix ich habe grad etwas Angst vor dem Gras was da in der Ecke gewachsen ist boah Killergras aber da vorne ist ja noch ein bisschen was hier ist ja auch noch so ne Hütte oh da ist auch ein Reifen drin ein Rad oh ob man das vielleicht Cake ich nehme mal das Rad kann ich das vielleicht hier ne vielleicht gibt es ja hier ein Auto schön ach du bist ja du läufst da grad auf dem links rum ne ja ich lauf da ja boah im Dach grad im Dach grad schon weh wir sind nicht allein komm ich leg das Rad wieder weg du so ach so mal ich muss grad sagen du sollst es nicht einpacken warst du hier schon in dem kleinen ja ich hab nix gefunden ich hab mich schon alles weggelootet irgendwie Stacheldraht hier ist ne offene Stelle wenn wir hier durch wollen weiß ich nicht überhaupt nicht ach da bist wo man nicht durchkommt kann man vielleicht krabbeln also ich konnte jetzt hier links vorbei kriechen aber auch gut du kannst auch gerne äh kriechen sag ich gebückt vorbeigehen du darfst auch gerne drunter durchkriechen und jetzt rechts oder links Wildnis da vorne ist ne Brücke kommen wir da hin ich würde mal sagen da gehts Richtung Straße wieder naja wir brauchen beide glaube ich was zu essen und was zu trinken also wäre Bahngleise Bahngleise und in Verlängerung glaube ich sehe ich das Meer mhm das heißt wir sollten links rum um Richtung Norden zu kommen dann kämen wir nach wo kämen wir da hin wo kämen wir denn da hin entweder bei Renzino oder ähm hier wie bei Renzino jo wofür ich dich denn jetzt schon treffen mir ist kalt he 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 I'm slowly warming up er hat noch gar nicht rum gemeckert also so richtig so von wegen mein Magen frisst sich selbst auf oder sowas I am shaking dabei hat er I'm feeling hungry der ist nur am meckern der Typ meine Tusi ist sehr pflegeleicht mhm dabei habe ich schon was gegessen oh I'm extremely hungry jetzt fängt er an I'm feeling hungry nö 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 da war gerade ein Vogel der hat so gepfiffen ach ja bin wir jetzt hier lang ja das ist ein Häuschen oder nö doch ein Häuschen das ist bei Renzino bei Renzino das hast du so vor der Kante ja weil ich hier schon mal war das ist ja schon alles weg gelootet ne ich habe hier noch gar nichts gelootet weil ich Schiss habe in die Häuser rein zu gehen ein Huhn Pau so Axt raus und gib ihm falsche Tasse hier ist nix du sollst die Heugabel auf 1 legen so sehr ist Nussing in Saarhus Nussing dann wir müssen gehen um zu finden da ist ein Tire ist es ein Tire ja es ist ein Tire ne ein Rad ist da wieder in der Hütte da steht einfach mal ein Rad was ist das? Ducktape ein Brunnen versiegelt ein Blumpsklo Blumpsklo ich glaube ich nicht ne ich habe keinen Bock mehr ich bleibe im Blumpsklo schmeiß das doch weg Gottverdammte oh oh was? oh die Tür wieder auf ich will nicht im Blumpsklo sterben was ist das hier? Farbe vermutlich Black Spray Paint da kommt kann ich ihn damit anmalen nix clever ich bin in dem Haus in dem kleineren oder in dem größeren das wird ah in dem hier ok im cold du bist im Haus oh oh eine Geschenkbox was haben wir denn hier? Cent den will ich haben was ist das? die war schlimmer oh Gott aber sonst gibt es hier nur Munition hier oben ist auch nix ach scheiße das ist hier nix 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 hat riders jacket packen was ist jetzt in den händen das hast du denn da in der hand jetzt mein shirt was ist hingetan hat dann liegt sie auf dem boden ich bleibe bei meinem war das langen arm ja dann nehme ich das lang das hier ist das nur noch hose nimm es doch ich habe ja hosen an ich bin nach oben gegangen da habe ich meine hosen hingelegt hier ist ein gas container ich glaube ohne feuerzeug hilft uns leider nichts ja ich habe mir aber trotzdem mal mitgenommen was ist das denn eine hose braun jeans die habe ich da hingelegt ja schön ich habe meine hose gewechselt gegen was eine rote nein gegen eine schwarze hose ach gott diese dumme vogelscheuche panik ja schnell da oben in einem schäckchen einem kohl an der stelle schaffer das t-shirt angelassen hätte das ding hier drüber gezogen aber nein hast du einen schuss gehört ja habe ich noch einen zweiten kann aber nicht sehen ich kann das nicht einschätzen die haben ich finde die haben sich sehr weit weg angehört nja ich würde auch zittern rüber gehen in die anderen häuser besser als hier rumzustehen und darauf zu warten erschossen zu werden auf alle fälle was ist das headlight box ach guck an ich habe einen rucksack gefunden nein einen schönen blauen mit einem igel drauf war mir egal bist du hier in einem ganz großen haus ich bin in ein großes haus reingegangen ja du willst direkt eine treppe nach oben gehen ja ok ist er nicht schön was sind immerhin zwölf felder rein besser als meine paar die ich hier habe man so ein großes haus und ja ein rucksack drin ok da drinnen läuft ein zombie ok die klang etwas näher ich gehe trotzdem mal hier ins haus rein natürlich ist hier nichts drin so gar nichts nix ne gar nichts nix nächstes haus mhm ich stehe hier so schön rum du bist ja am rumkriechen ach gott daddy bear ja oh die nehme ich mit einfach nur weil du es kannst weil du jetzt einfach so einfach nur weil ich Platz habe so hier noch eine beschenkbox was ist da drin Mission hm ja das altbekannte problem ne ziemlich wenig zeug wenn wir da drüben in das gelbe haus gehen mhm ich bin komplett nee ich bin komplett cooling off die Dame wird kalt oh da liegt was im Auto was ist das was da liegt oh was liegt hier black tracksuit jacket ach du bist oben ne mhm hier ist nix zumindest habe ich nix gefunden I'm starving das ist der Wahnsinn tu es nix außer hungern sind wir da drüben schon in den Garagen ne da liegt was wo ist das light blue tracksuit pants das ist ne danke I'm shaking hm hm ein Helm ne du immerhin dann tausche ich den doch mal aus gegen meine gegen meine Mütze wieso kann ich den nicht wieso kann ich den nicht anziehen wieso kann ich den nicht anziehen den Helm ja in der ah wegen der Maske ich bin mal hier noch weiter hinter die Garagen gegangen hier sind sogar zwei Reifen und noch einer und noch einer drei Reifen jetzt brauchen wir nur noch ein Auto mit einem Reifen so oh was das war es aber du da vorne oder ja ich werde leicht paranoid hier sind nochmal zwei Reifen hier sind nochmal zwei Reifen jetzt in dem einen Gebäude würde ich die Treppe hochladen guck mal hinten in dem kleinen Räumchen hab ich gesehen ich kündige an dark grey slackspants da sind die Räder von einem Bus ach so soll ich das mitnehmen ist das duct tape nehmen wir auch mal mit wie kann duct tape nass sein jetzt streift man ab und dann ist trocken jetzt hat die sich weh getan sh my feet hurt my leg hurts weil ich von oben runter gesprungen bin hast du das Bein gebrochen mmmm chipped leg ja also angeknackst mh dann müssen wir mal gucken ob wir nicht irgendwie ein Verband herstellen können wo genau wollen wir denn jetzt hin weiß ich nicht wir laufen einfach irgendwo lange damit irgendwas finden Damit wir erschossen werden. Cool. Ja, Mephid Ashore. Oder Soar. Keine Ahnung. Ich kenne das Wort nicht. Aber es ist in Rot geschrieben, also es ist schlecht. Ja, mal gucken, ob wir einen Baum finden. Wir sollten aus den Stöcken und Rags müsste man nämlich ein Dings machen können. Da ist mal ein Baum. Chopped Firewood. Cut Branch off. So, wo ist der Stock? Da ist er. Long Wooden Stick. Brauchst du ein Rack? Ich muss erstmal Craft Splint. Ja, tut er das nur? Tut er nur. Jetzt müsste ich ja ein Splint bekommen, womit ich dir das Bein verbinden kann. Ist er fertig? Ja, ich bin bei dir. Ähm... I've used to splint on my limb. Cleverer Kerl. Kann man jetzt natürlich auch nicht mehr abnehmen, ne? Nee. Aber ich kann jetzt noch einen zweiten machen, den gebe ich dir dann einfach. Ja, bitte. Oder ich versuche mal... den in die Hand zu nehmen. Use on. Guck mal nochmal. Ja, MacGyver started supplying the Splint. Ja, ja, okay. MacGyver has supplied the Splint on your limb. Ah, jetzt ist das Chip-Leg weg. Chip-Leg weg. Chip-Leg weg. Wo bist du jetzt hin? Ich bin einfach nur am Baum vorbeigelaufen. Ja, in welche Richtung? Ah, da. Da hinten stehen viele Häuser. Ja, so große, riesige, ne? Mhm. Wollen wir da mal hin? Gucken, was man alles machen kann. Ich kann mich ergeben. Mein Feet hört. Warum tun jetzt deine Füße weh? Du hast bestimmt Kack-Schuhe an, ne? Ja, Ruins sind die Schuhe. Ich brauch neue Schuhe. Ich geh mal hier in das eine Häuschen rein. Na, ich komm mal mit. Man weiß ja nie. Hier ist nichts. Na dann, nächste Hütte. Ach, das bist du. Wo bist du denn rausgeacht, da? War man das Gelbe? Mhm. Das ist wieder so ein komischer Waggon. Wahnsinn, wie wenig diese Leute doch hatten. Oh, warte. Da ist was. Was ist das? Matchbox. Matchbox. Yay! Jetzt können wir unser Ding anmachen. Jetzt muss man den Gasbrenner nicht irgendwie mit dem Teil kombinieren, um das anmachen zu können. Ja, aber das bringt uns ja jetzt sowieso nichts. Oh. Was ist das hier überhaupt? Wollen. Punkt, Punkt, Punkt. Nimm die Box. Das ist einfach nur eine Lampe. Leck mich dann, brauche ich nicht. Ich geh wieder runter. Mhm. Ich warte schon. Ach so. Ich muss jetzt mal gucken, was ich da für Müll eingepackt habe. Ah, da ist eine Feuerstation da vorne, ne? Oh ja. Nein. Ja. Vielen Dank.